Musik Grüß Gott, mein Name ist Markus Bühler von Lebenstraummobilien und ich stelle Ihnen heute diese charmante Zwei-Zimmer-Wohnung mit großer Wohnküche in München-Sollen vor. Das Haus wurde 1930 erbaut und erhielt 1970 einen Anbau. Im Haus selbst sind drei Wohneinheiten. Musik In den letzten Jahren wurden umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt. Ganz besonders hervorheben möchte ich den Kamin, der sowohl vom Wohnzimmer als auch von der Wohnküche aus einsehbar ist. Musik Hat Ihnen unser kleiner Wohnküche? Haben Sie Lust auf eine Besichtigung bekommen? Wenn ja, dann rufen Sie mich an. Ich freue mich drauf. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.